Bevor jetzt die Roomtour startet, wollte ich euch noch den neuen Merchandise zeigen. Der ist genau jetzt online. Ich hab den Shop gewechselt. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den abchecken würdet. Es würde mich auf jeden Fall supporten und jetzt viel Spaß mit der Roomtour. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. An der Stelle wollte ich mich noch bei Marcel bedanken, der mir bei den Aufnahmen und beim Schnitt geholfen hatte. Alleine hätte ich sowas nicht hinbekommen. Und natürlich möchte ich mich auch bei euch bedanken, dass ihr mir sowas ermöglicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich in meinem Alter in einer eigenen Wohnung leben kann und mir auch so ein Equipment zusammen kaufen kann. Dafür auf jeden Fall dicks Dankschön. Ich weiß auch von euch gibt es eine Menge Leute, die mir das auf jeden Fall auch gönnen. Ich weiß, dass auch viele jetzt sagen werden, das ist alles ein bisschen übertrieben. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, das ist auch eine Sache, die einfach auch Spaß macht. Man kann das schon fast als eine Art Hobby bezeichnen, dass man eine Menge selber baut, sich sein Setup so gestaltet, dass es einfach sehr nice aussieht. Und es sieht vor allem auch immer oft sehr teuer aus. Aber wenn man eine Menge Sachen einfach auch selber baut, dann ist es eher zeitaufwendiger als teuer. Aber ja, das wollte ich nur noch am Ende dazu sagen. Alle Sachen sind in der Videobeschreibung größtenteils verlinkt, die es halt bei Amazon gibt. Das sind alles Amazon Ref-Links. Das wird nicht teurer für euch. Aber wenn ihr die Sachen über diesen Link dann kauft, kriege ich eine kleine Provision. Würde mich auch nochmal zusätzlich supporten. Und ihr kennt den ganzen Hasen. Dann würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend beim Livestream sehen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, haut rein und ciao.